einen wunderschönen guten morgen die sonne scheint und der hunger hält sich völlig in grenzen vielleicht habt ihr es jetzt schon gemerkt die kamera löst jetzt in hd auf also bis gleich beim zähneputzen ich bin gleich noch bei dem geburtstag von einer oma danach denke ich mal gehen wir nach neuss dann eine runde laufen habe ich eine ganze aufregung vergessen es gibt frühstück interessant wäre heute aus einer kaffeetasse motivation pur also ich trinke das zeug schnell dann mache ich mich fertig und dann sehen wir uns gleich ich bin jetzt auf dem weg in die stadt ich war gerade bei dem geburtstagsessen von meiner oma wir waren essen und da muss ich ganz ehrlich sagen ich wollte eine brühe die hatten die nicht dann habe ich eine tomatensuppe bestellt ich hoffe das ist im rahmen ich bin dann auch durch für heute aber ich muss auch ganz ehrlich noch dazu sagen ich glaube in der tomatensuppe war etwas sahne ja wirklich befriedigt hat das trotzdem nicht neben mir saßen speckfangkuchen gegenüber von mir saßen wiener schnitzel und überall standen pommes und es roch überall einfach nur nach fleisch und das war ziemlich hart für mich also wie gesagt ich war jetzt nach neuss in die stadt und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem marktplatz ich stehe jetzt auf dem marktplatz hier in neuss und der ein oder andere wird sich hier auskennen und dann gucken wir mal kleiner geheimtipp sage ich euch mal wer gerne mal in neuss ist der sollte auf jeden fall zu emiliana das ist ein kleiner italiener und da schmeckt es wirklich gut hauptsächlich nudelgerichte und man sollte vorher einen tisch reservieren weil für fußvolk ist in der regel dann kein platz mehr gut gehen wir mal weiter hier haben wir glaube ich die größte stolperfalle in neuss hier haben wir das weiße haus da dürfte einigen schützen begeisterten bekannt sein genauso wie hier ist immer der aufmarsch am schützenfest und ich denke mal entweder wart ihr schon dabei habt es im wdr gesehen oder interessiert euch einfach nicht dafür was ja auffällig in ordnung ist also auch ein kleines fazit zu neues ich wohn ja nun mal hier und ich muss sagen ich tue das gerne also die stadt gibt einiges her es wird sich um die stadt gekümmert und ich wohne gerne hier natürlich wenn man feiern gehen möchte dann tippt es einen eher nach köln oder düsseldorf aber zum leben ist diese stadt super so ich dreh euch mal ganz gut oder ich dreh mich mal mit dann haben wir hier noch das ist unser neues das wetter ist immer noch super deswegen würde ich sagen hier meine kleine runde laufen ich drehe hier meine runden am reuschelberger see hier lässt es sich wirklich super laufen das wetter spielt mit und es ist halt wirklich eine schöne strecke eigentlich war der plan woanders wieder rauszukommen aber irgendwie habe ich es geschafft mich zu verlaufen also ich habe es doch gefunden so ich würde sagen okay 100 spaß gemacht zweiter auch zweiter habe ich mich verlaufen aber das ist ja dann wohl eigene blödheit hier meine seite mittlerweile 16 likes das ist für meine verhältnisse ist das wirklich schon viel ich bin da froh über jeden like und ich muss jetzt noch ein bisschen hier rum schnüppeln deswegen werde ich mir gleich noch etwas zu trinken machen und dann ein bisschen rum basteln dürft ihr raten was ist leckeres gibt so ich stehe jetzt wieder hier mit meiner brühe aus meiner mac cafe tasse der tag neigt sich dem ende war ein schöner tag das wetter hat super mitgespielt meine oma war glücklich das ist auch sehr schön und ich bleibe am ball und halte euch auf dem laufen euch noch einen schönen abend und ich hoffe ihr lasst euch euer abendessen gut schmecken schatz 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017